Musik Haben wir sie überstanden? Ich muss aber die Zusatzwaffe finden, wo ist sie? Wander'n Tag, Yuna. So tief kann die nicht liegen, die erste Waffe. Wobei, ich hab' auch schon erlebt. Komm, geh kaputt. Kassafes ist Gestein. Oh. Schneller gemacht, ne? Na, vielleicht hier noch? Vielleicht schon wieder rauf. Ja, hier ist es. Schau, ich hab' ihn nicht mehr. Shit. Ein Tod. Easy. Komm, holen wir unsere Fähigkeit. So, Baby Claudia. Ah, da ist er. Schwer. Boah. Das ist jetzt ne fiese. Ich könnte auch ne neue Auswahl jetzt machen. Die hab' ich mir freigeschaltet. Also ein Re-Roll. Also ein Re-Roll. Ist da aber nicht das, weil es sind echt ein paar coole Sachen drin. Die Sonde, ähm, oben rechts würde uns Materialien anzeigen, in einem Umkreis, den wir hochleveln können. Oben links ist der Anzugs-Sprenger, mit dem ich auch richtig fiese Blöcke mit einmal kaputt machen kann. Oder ich nehm' die Eisenwürmer, die ich auch erst hochpushen muss, aber dann können die aus einem Klotz Eisen mindestens drei Stücke rausbekommen, anstatt nur einem. Ich entscheide mich für die Eisenwürmer, weil ich brauch' ganz schnell Material, um weiter hochzupushen. Ja, mit, komm, hier, arbeiten. Ach, shit. Das war nur ein... Oh, das war jetzt mal so voll für den Arsch, aber egal. Per... Hier wo lag noch eins, oder? Ja, dann muss ich das auch erst immer ein bisschen weiter hochpushen, damit wir immer wieder bessere Sachen kriegen. Schon wieder nach oben. Scheiße, ne. Im Vaterox, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Was ist hier? Na, hier aus meinem Schuss raus hier. warum ist auch nicht da entschuldig also juna muss jetzt recht geben wenn ich was kaputt gemacht habe ich war es nicht wo es nicht stimmt er kommt das sind wir jetzt so mit hier neun wo schon mal die würmer schon mal doppelt so viel aus eisen vorkommen ich habe einen schwachen bohrer ja genau nur zwei danke danke für nichts das schleppen wir jetzt nach hause also noch rechtzeitig kümmer dich um den großen warum schießt er denn auch in meine richtung auch man diese Mal gucken, was der Wurm rausgeholt hat. Oh, sechs Stück nur. Schade. Einen geht noch. Seid ihr sich wohlfügt, Captain, meinst du? Auf seiner Couch, aber nur auf seiner Couch. Oh, ist das geil. Oh, wir sind so geil. Danke, Greula. Danke. Also Mitgefühl von Gleichbetroffenen finde ich immer gut. Dankeschön. Glückwunsch, Juna. Boah. Zieht mein Bot ab. Krass. Krass. Ja, ungewohnt. Oh mein Gott. Nehmen wir mit. Oh, das nehmen wir auch mit. Noch schneller. Uh. Sagen hier. Ja, ich komme ja schon. Das haben wir nicht. Oh, shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh komm, wir haben fünf Heilungen. Das geht noch. Oh mein Gott. sie wir verbessern sieben habe ich noch was kann man denn machen geschosschaden kleine kanone mit dem wohnen mit neues vorkommen finden ich habe nichts mehr doch dabei da ist was ich wünsche dir eine gute nacht schlaf gut dank dir für das dabei sein und erhol dich aber bitte nicht wasserstoff nein ein normales item sehr gut kommen falsche richtung sie wende der obel ist geil ich mache eine neue auswahl raketenwerfer cool nehmen wir können auch noch zeit genug ja oh mein gott was ist das denn hier rausgetappt juhu das einliegen lassen schaffe ich es nicht mehr zurück also nicht rechtzeitig ich bin da ich bin da wartet ich Das war's. Uff, okay. Das hat jetzt ein bisschen wehgetan. Aber wir sind wieder voll. Wir können jetzt mal ein bisschen farben gehen. Oh, schön. Schön viel aus der Mine rausgeholt. Hier, nehmen wir den. Und noch mehr? Nee, so ein Einzelne. Nehmen wir so mit. Und Juna, hast du ja auch schon was von den Indie-Games von der Gamescom rausgesucht? Ich hab schon zwei Games installiert. In dem Fall getestet werden. Mm-mm. Bis zum nächsten Mal.